Die wollten mich immer verprügeln, ich musste vor denen wegrennen. Und der Professor meinte so, ja, wollen Sie sich das Geld nicht lieber sparen? Und ich so, ja, Sie haben recht. Ich bin ein Mann der Praxis. Tschüss. Das war so was, was ich in der Uni noch aufgeschnappt habe im Halbschlaf. Cross-Promotion, Synergie-Effekte. Also ich bin immer bei Wind und Wetter mit diesem Rucksack von Zweihand zerkraten und diesem Roller immer. Jo, ich schreibe dich plus drei auf die Gästeliste und ihr kriegt freie Getränke, wenn gute Pillen. Ich bin so, ich denke mal so, ich bin sowas von Anfang 20. Die Platin-Awards fühlen sich kalt an. Melodie drauf mit irgendeinem Bullshit-Text, also so mache ich das auf jeden Fall auf. Der Erfolg kam ja nicht über Nacht, also wir sind ja erst mal vier, fünf Jahre unterwegs gewesen, bis dann der erste Hit kam. Und dann war es eher so, ja.